Hallo und willkommen zum Mila Beach Report, hier in Italien, in der Türkei, beim CV Satellite. Niemes steht das Beach, du? Liliana Steiner, Elsa Baquerizo. So, girls, congrats für das 3. Platz in diesem Tournament. Was ist dein Gefühl gerade jetzt? Well, sehr glücklich, nachher alles. Wir haben das erste Spiel verloren und wir haben durch den Losers-Bracket gewonnen. Also, zu den Semifinals und zu den 3. Platz ist sehr glücklich. Du hast das letzte Spiel gegen Binek-Groesner von Deutschland gewonnen. Was ist dein Gefühl, dass du das Spiel? Ich glaube, es war ein sehr starkes Spiel. Ich glaube, beide Teams waren sehr schuldig, weil sie von Country-Quota kamen und wir kamen auch durch den Losers-Bracket. Aber im Endeffekt, ich glaube, wir hatten die Punkte, die wir hatten, um das Spiel zu gewinnen. Ja, es gab bessere Chancen und es ging zu unserer Seite. Wie haben sie die Pressure auf dich gebracht? Ich glaube, mit den Serven. Die Serven sind ziemlich gut. Und auch sie hatten eine sehr gute Seite. Ja, eine gute Seite, eine konstante Seite. Ja. Was war dein Pressure für Binek-Groesner? Wir haben auch die Serven benutzt und, ich weiß nicht, wir... Block-Defense. Ja, Block-Defense. Wir haben versucht, ein paar Ballen zu bekommen und ich glaube, wir haben das gemacht. Wir haben zwei in jedem Set, die die Unterschiede gemacht haben. Und die Seite zu halten war auch sehr wichtig. Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht. Was war dein Hauptziel im Tournament? Es war der 3. Platz. Wir sind glücklich für den 3. Platz. Ich glaube, wir waren in der Semi-Finale, aber wir haben das erste Spiel sehr nervös gemacht. Es war ein sehr schweres und langes Turnier. Und wir haben einfach gedacht, okay, wir haben die Strecke gemacht und versuchen, die Strecke richtig zu machen. Was ist deine Impression von diesem Tournament? Direkt auf der Front der Beach, mit der Beach-Camp, mit vielen Beachvolleyball-Fans? Es ist sehr schön, die Beachvolleyball-Kurse zu sehen, mit allen hierheren. Es ist sehr schön, weil, ich weiß nicht, Beachvolleyball... Ja, wir alle lieben Beachvolleyball, also es ist großartig. Und die Beach, die Spiele sind schön, und das Hotel ist sehr neben der Beach, also es ist sehr schön. Wo werden wir dich dieses Jahr sehen? Sorry? Your Tour, you will play the Grand Slam, CIV, where will we see you, girls? We will try to play all the World Tour, Opens and Grand Slams, and also some of the CIV tournaments. So, we will play everything. Okay, girls, then congrats for the victory. See you the next time. Thanks. Bye. 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 Vielen Dank.